Wir haben heute den Tag der offenen Tür, wie wir hier auf dem Programm lesen können. Und die Idee des Ganzen ist, dass sich alle Firmen und alle auf dem Clubplatz, auch tätigen Vereinen, selber darstellen können. Wir bieten selbstverständlich unseren Besuchern auf dem Flugplatz Baub einen Rundflug an, hier mit der Grosssee und selbstverständlich auch mit unseren eigenen Flugzeugen, mit unserer eigenen Flotte, wobei diese aus 13 Flugzeuge besteht und selbstverständlich auch grössere Gesellschaften und Gruppen miteinander einen Rundflug machen können. Der Tag der offenen Tür 1991 im Sinne von agieren statt reagieren, offen für die Bevölkerung, dass man den Flugplatz wirklich allen zeigt und auftut. Zier, zwei, zwei. Prima. 2. 2. 2. 3. 3. 5. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 14. 15. 15. 16. 16. 16. 16. Applaus Applaus Chau Offen fliegen. Kapose von Offenland. Das ist eine Stiftung hier. Ich mache nicht den Turm verrückt. Wir sind in der Karte. Die Stiftung werden wieder nach der Karte. Die Stiftung werden wieder nach der Karte. Musik Es ist immer gut zu gehen und vollkommen. Man ist jetzt an der drungsten Drehung. Danke. 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 Danke.